Hallo und wieder einmal heiße ich euch alle da draußen herzlich willkommen zurück zu Rhyme. Okay, das habe ich ein bisschen blöd ausgesprochen, aber trotzdem, wir sind wieder da, es geht weiter. Ich halte ab jetzt die Klappe und ihr genießt. In diesem Sinne, los geht's. Ich halte die Klappe und ihr genießt. Ich halte die Klappe und ihr genießt. Ha! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ha! 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 Was ist das? Das war's. Was ist das? 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 Tja, meine Lieben. Ich würde mal sagen, für heute belassen wir es doch dabei. Ich fürchte, meine eigene Dummheit hindert mich daran, diesen wahrscheinlich sehr einfachen Gang zu absolvieren. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt irgendwas richtig mache. Gibt es vielleicht einen anderen Weg dahinter? Ich wünschte, ich wäre die Kugel gewesen und hätte einfach dahin rollen können. Aber das war ich nicht. Mal gucken. Vielleicht schaue ich einer Lösung nach oder so. Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall war es das hier heute für diese Folge. Ich hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat und würde mich freuen, euch das nächste Mal wieder mit dabei wissen zu können. In diesem Sinne, macht das gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bett Damas